Servus. Hallo Hans. Du bist heute ganz spontan auf die Venus gekommen? Ja, schon. Habe gedacht, das muss ich mir auch mal geben, ja. Wie waren so deine Eindrücke bisher? Ich muss nachher schon meine Unterhose wechseln, mehr sage ich nicht dazu. Also ich habe dich gerade gesehen, wie du dich hast fesseln lassen an einem Start. Wieso? Wieso machst du das? Weil ich darauf stehe, ganz einfach. Fesseln spiele, schon ein Fetisch halt, ne. Und du hast dich auch auspeitschen lassen. Ja. Wie war es? War geil, hat mir gefallen. Vor allem Josie Black, ne. Ist die Beste, was das andere ist. Hast du gerade eine Partnerin oder mehrere? Gar keine. Ich bin seit ungefähr, seit November letzten Jahres eigentlich. Oh, und wie befriedigst du dann deine Gelüste? Wie jeder andere Mensch auch. Ich geh in den Buch. Das ist kein Geheimnis. Anywaysили optional. Ja, das ist permitir.